ARD Text im Auftrag von Funk Futter kontrolliert, war weg, der kalte Wind ist vorbei, also sieht gut aus. Lass das schmecken. Ich hatte einen Doppelran, einen Fisch hatte ich verloren, im Kraut, und der eine hat so 7-8 Pfund gehabt. Lass das schmecken. Lass das schmecken. Lass das schmecken. Musik Jetzt marschiert hier eine Schnecke auf dem Boot und die läuft schon so Richtung Routen. Also ich denke, ich werde die lieber mal jetzt entfernen, ans Land fahren, weil wenn ich jetzt einen Biss habe, ihr kennt ja das Problem, da schaut man meistens nicht rechts oder links. Nicht, dass ich die jetzt noch da platt trete. Musik Ja, das sitzt am überliegenden Ufer und hat einen Fisch, definitiv. Schön, freut mich echt. Klasse. Musik 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 Und was hältst du von der Matte, von der Neue? Ja, Markus, es ist super matt, hat echt eine klasse Polsterung, Rand ist stabil und hoch, springt den Fisch raus und man kann den Fisch echt klasse zurücksetzen. Und was hältst du von der Matte, von der Neue? Ja, Markus, es ist super matt, hat echt eine klasse Klasse. Und was hältst du von der Matte? Ja, Markus, es ist super matt, hat echt eine klasse Klasse. Rundf Bausch Rundf Bausch